Ja, Herr Niederröbelin, ich möchte doch nochmal mit der Leitkultur nachfragen. Es war im Vortrag nicht zentral, aber mit der Unbrief ist trotzdem mit, Sie haben den Begriff ja auch erwähnt. Mir scheint es gelegentlich, als wünsche man sich in Deutschland eigentlich eher eine religiöse Leitkultur. Also hier ist oft die Rede von christlich-armtländischen Werten und das kommt nicht nur von nichts außen. Die beiden christlichen Kirchen werden nach wie vor massiv vom Staat unterstützt. Und ja, es ist quasi inflationär auch die Rede vom Dialog der Religionen. Ganz so, als ob es keine nicht-religiösen Menschen geben würde, die auch einen solchen Dialog oder Probleme mitdiskutieren wollten oder müssen. Oder ganz so, als sei es so, als könnten eigentlich nur religiöse die Probleme lösen und besprechen. Also was wäre eben gegenüber eine humanistische Leitkultur? Und vielleicht auch die Frage noch dahinter, wird vielleicht eine humanistische Leitkultur sogar besser passen zu einer Demokratie als Lebensform als eine religiöse Leitkultur? Naja, die Antwort wäre für mich eine ganz eindeutige Antwort. Also ich will mal, vielleicht können wir die Pointe ein bisschen offenlegen. Also der Punkt war ja der, ursprünglich kam der Begriff Leitkultur durch Bassam Tibi in die Welt. Ein Politikwissenschaftler aus Göttingen, syrischer Herkunft meines Wissens, ursprünglich, der von einer Notwendigkeit einer europäischen Leitkultur und einem europäischen Islam sprach. Nicht alles sehr präzise, wie es so seine Art ist, aber immerhin. Es war in Buchlänge, das war eine, finde ich, sehr im Ansatz vernünftige Aufforderung, einen Dialog zu entwickeln in dieser multikulturellen Situation. Wir sind jetzt Ende der 1990er Jahre, in der diese Debatte aufkoppelte. Und dann hat sich Merz, der damalige Fraktionsvorsitzende der CDU, CSU, dieses Thema zu eigen gemacht, um da ein Kampagnenthema draus zu machen, mit der trickreichen, der ist nicht ganz dumm, der Merz, mit der trickreichen Idee, wir setzen da ein Prädikat davor, nämlich Deutsch. Von Deutsch war bei Bassam Tibi nie die Rede, von Europäisch, was auch schon nicht ganz unproblematisch ist, aber von Deutsch war nie die Rede. Und damit bekam das Ganze eine ganz merkwürdige Bindung, alle meine, wir politisch nachstehenden, halbwegs vernünftigen Menschen waren auf der Palme und sagen, Gott, das ist eine Leitkultur, wir brauchen keine Leitkultur. Und da habe ich gesagt, ich sage es jetzt nochmal ganz boshaft, meine Hauptkompetenz ist eigentlich nicht wissenschaftliche Forschungsarbeit, da habe ich auch ein bisschen was geleistet, sondern ist politische und philosophische Urteilskraft. Das heißt, auch gegen Einungen, die verbreitet sind oder in meinem Umfeld so üblich sind, doch zu Ergebnissen, zu Auffassungen, zu Überzeugungen mit Gründen zu kommen, die sich dann zumindest im Nachhinein als richtig oder als überzeugend herausstellen, das gilt für das Marxismusthema, sozusagen diese Welle des Neomarxismus und Marxismus, in der ich ja auch noch aufgewachsen bin, schien mir das einfach eine ziemlich problematische Ideologisierung der politischen Stellungnahme zu sein. Viele wollen die damaligen Sprüche gar nicht mehr hören, also ab Gottes Willen, man rede mal mit Rehismar oder mit Trittin oder mit Vollmer, alle K-Kruppler, die irgendwie Erlösung von China oder Kambodscha oder sonst woher erwarteten, intelligente Menschen, wie kann sowas passieren? Und ich habe mich da immer regelmäßig sehr unbelebt gemacht mit dieser Eigenschaft und das betrifft auch das Thema Leitkultur. Ich habe gesagt, es ist falsch, wenn die politische Linke in einer reflexartigen Reaktion auf die Instrumentalisierung dieses Begriffs so tut, als gäbe es keine kulturelle Dimension demokratischer Politik. Das ist die These. Und deswegen ist auch die Reaktion auf die jetzt noch Wiederaufwärmung in dieser Debatte falsch, zu sagen, nein, es gibt überhaupt keine kulturellen Bedingungen, Kultur spielt keine Rolle. Nein, natürlich spielt Kultur eine Rolle. Wir brauchen, und das war die Pointe dieses Buchtitels, das war ja nur ein Buchtitel, unter dem meine politischen Reden erschienen, seit 2006 vom C.H. Beck Verlag. Humanismus als Leitkultur, die Pointe ist, dann gibt es per Definitionen keine deutsche Leitkultur, auch keine europäische, weil der Humanismus ist universalistisch und kosmopolitisch. Haben die wenigsten verstanden, auch Wolfgang Thierse nicht. Er hat sich wahnsinnig drüber aufgegriffen, dass ich diesen Begriff in diese Weise aufgreife. Also das zum Thema Leitkultur. Ich glaube, wir brauchen eine Debatte über die kulturellen Grundlagen zivilen Zusammenlebens. Diese Debatte sollte orientiert an den Werten der Humanität sein, sollte also für ein humanistisches Verständnis dieser kulturellen Einbettung demokratischer Praxis ausgerichtet sein. Und dafür gibt es gute Argumente. Und damit bin ich, wenn ich darf, kurz, weil wir heute uns ja austauschen, bei den Repliken von Ihnen. Also bis auf eine Replik bin ich mit allem, was Sie gesagt haben, einverstanden. Deswegen fürchte ich, er bot das vielleicht ein bisschen auf andere Begriffsverwendung oder so etwas, aber nicht auf wirklichen Dissensen. Also mir braucht man zum Beispiel nicht sagen, wie wichtig die Ökonomie ist. Ich gehöre ja zu den letzten Muhlikanern, die sagen, auch die Agenda-Reformen waren aus ökonomischen und sozialpolitischen Gründen, bei viel Schattenseiten, aber insgesamt sinnvoll. Es gab ökonomische und soziale Gründe, hier etwas zu verändern. Das ist hoch und stritten, die meisten werden hier anderer Meinung sein. Meine Hauptkritik an zum Beispiel der Politik von Merkel oder auch von Kohl ist, dass die ökonomische Dimension nicht bekannt ist, dass offenbar ganz locker mal entschieden wird bei der Frage, soll Griechenland im Euro-Raum bleiben oder nicht, aufgrund rein politischer Erwägungen und nicht aufgrund ökonomischer Erwägungen. Die ganze Währungsunion ist im Grunde ein Aus, wie damals ins Werk gesetzt, von Weigel, Kohl und Mitterrand, ist ein Ausweis ökonomischer Inkompetenz und zehn Jahre später fällt uns das auf die Füße. Also mir braucht man nun wirklich nicht sagen, dass die ökonomische Dimension von Politik unwichtig ist. Und genau dasselbe gilt für die emotionale Dimension. Ich meine, Sie waren vermutlich nicht dabei bei Parteitagsreden, die ich gehalten habe. Aber ich weiß, wie emotionale Stimmungen, wie wichtig die sind. Aber der Unterschied zum Populismus ist, wir bleiben da nicht stehen, sondern wir versuchen, gründegeleitete Diskurse in Gang zu setzen. Versuchen. Mit Neonazis kann man in der Regel nicht diskutieren. Selbst das sollte man versuchen, aber es wird zumindest schwierig. Ich definiere Populismus als die Instrumentalisierung emotionaler Haltungen und Einstellungen und die Weigerung, sich auf Diskurse einzulassen. Und da kann man dann nicht sagen als Antwort, ja, der Populismus hat auch sein Gutes. So definiert hat er nur Schlechtes. Nicht die emotiven Haltungen sind etwas Schlechtes, sondern der Populismus, der sagt, wir wollen keine Diskurse zulassen. Wir wollen ausschließlich das Ressentiment voranbringen. Und Trumps Kampagne ist ein Musterbeispiel dafür. Nochmal übrigens ein Beispiel für politische Urteilskraft. Ich habe vor zehn Jahren, ja, jetzt reden Sie alle von postfaktischer Politik, vor zehn Jahren davor gewarnt, dass wir uns in eine Entwicklung zubewegen, in der sich Postmoderne mit einer rechten Variante zynischer Machtpolitik verbindet. Am Beispiel Berlusconi. Trump gab es damals noch nicht in der Politik. Da haben Sie mich alle angeschaut und gesagt, wie ich auf die Idee komme, dass Postmoderne was mit Berlusconi zu tun hat. Ja, Berlusconi macht postmoderne Politik. Er erfindet Wahrheiten. Er schaut auf die Effekte von Botschaften. Es geht nie um Fakten, nie um Argumente. Das ist die zivilere Variante. Bei Trump haben wir jetzt mal erlebt, wozu das führt. Der Titel des Buches heißt Demokratie und Wahrheit. Demokratie und Wahrheit. Zehn Jahre zu früh gekommen. Jetzt haben wir den Schlamassel. Ja, und jetzt kommen alle so Schritt für Schritt im linksliberalen Spektrum drauf, dass vielleicht doch die Postmoderne einen Schritt zu weit gegangen ist, in dem sie grundsätzlich bezweifelt hat, dass es Vernunft gibt, dass es Subjekte gibt, die verantwortlich sind, dass es so etwas gibt wie Wahrheit in dem Sinne einer begründeten Übereinstimmung mit Fakten. Jetzt erodiert das nicht. Es gibt einen neuen Wertismus gegenwärtig. Also das ist kein Dissens. Weder das mit der Ökonomie, noch auch was den Populismus angeht. Es gibt einen Punkt, in der Tat, das ziehe ich mir gerne an, überschätze ich nicht die Vernunftfähigkeit der Menschen. Sie hatten das als Razzarismus oder wie haben wir das genannt? Razzarismus. Ja, vielleicht. Vielleicht ist das eine Schwäche generell meines Umgangs mit Menschen. Ich denke immer, Argumente sind doch so wichtig und Gründe sind doch eigentlich ausreichend. Also überschätze vielleicht die Rolle von Gründen in der Politik. Aber ich würde trotzdem sagen, das gehört auch zum Humanismus und zur Aufklärung dazu. Wir müssen es wenigstens versuchen. Und wenn es nichts bringt, gibt es am Ende eine Machtauseinandersetzung oder im schlimmsten Fall, wie bei den entstehenden gewalttätigen Auseinandersetzungen der Weimarer-Publik, war es ein großer Fehler der Sozialdemokratie, nicht mit Leonard Nelson zu folgen, nämlich da auch sich auf Gegengewalt vorzubereiten. Da wäre ich der Letzte, der in einer solchen Situation tatsächlich gegeben wäre. Danke. Ja, ich würde jetzt für Dr. Wolff noch einmal die Möglichkeit geben, das wieder einzugehen. Vielleicht kannst du ein bisschen einbinden in deine Antwort, diese Frage mit viel über theoretische Konzepte des Humanismus gehört, da kann man auch sehr viel weiterfragen. Du selbst betonest ja stark den praktischen Humanismus. Und das ist bei Ihnen auch stark gewesen, dieser Gedanke der Lebenswelt, das Postbeispiel zum Beispiel. Wie sieht das denn Demokratie als Lebensform praktisch aus? Ja, ich will noch einmal erstmal... Ist das an? Gut. Also ich will erst noch einmal diesen Punkt mit dem praktischen Humanismus ein bisschen genauer besprechen. Denn ich glaube, das ist ganz wichtig. Es wird oft so getan, also gerade unter Gelehrten, unter Professoren gibt es diese fast schon Berufsillusionen. Erst gibt es eine Theorie und dann wird sie umgesetzt. Also erst denken sich Leute an Humanismus aus und dann wird daraus eine historische Bewegung. Das stimmt, glaube ich, so nie. Und für die Frage des praktischen Humanismus stimmt es erst recht nicht. Sondern es gibt, man kann fast sagen spontan, immer wieder neu, eine Reproduktion des praktischen Humanismus. Also die Leute, die hungern, dann zu essen gehen. Die versuchen den Berliner Obdachlosen zu werden. Die gibt es ja spontan. Die die Geflüchteten aufgenommen, unterstützt haben. Das war ja eine spontane Bewegung. Das hat niemand veranstaltet. Also diese Art von Spontaneität, der Reproduktion dessen, dass nichts Menschliches uns fremd ist. Das wir mit den, ja, grüseligen und beladenen, um das aus einem anderen Diskurs zu sehen, spontan mitempfinden, spontan die Notwendigkeit, das Erfordernis zu sehen, da etwas dagegen zu tun. Und das ist, glaube ich, eine, Menschen nimmt das ja schon das Wort, fellow feeling. Das ist so eine Elementarebene humanistischer Praxis, die immer schon da ist und auf die wir uns aber auch immer wieder zurückbeziehen müssen. Und auf die wir, die wir nicht gewissermaßen vereinnahmen und monopolisieren können. Ich glaube, das ist das Erste, was wir auch als organisierte Humanismus immer wieder klar machen müssen, dass wir eben nicht diejenigen sind, die wir nicht gewissermaßen den Humanismus erfunden haben und diesen Land verzapfen. Sondern wir sind welche, die an diesem Massiv des existierenden Praxis-Normalismus mitarbeiten, das weiterentwickeln, aufgreifen, natürlich auch versuchen, verbessern, darauf zurückzudrücken. Also das ist, glaube ich, erstmal das ganz Wesentliche. Und zu den Republiken, da würde ich eigentlich nur zwei Punkte nochmal betonen wollen. Weil zum einen, da bin ich dann selber gespalten, muss ich ehrlich gesagt sagen, einmal als selber Philosoph und als Präsident oder Ex-Präsident des humanistischen Verbandes, der eben versucht, diesen praktischen Humanismus stark zu machen und zu denken. Ich denke, wir müssen uns wirklich klar machen, dass wir zwar immer wieder Gründe und Gegengründe für unsere Position suchen und geben müssen, dass es aber auch wirklich die Fälle und die Probleme gibt, wo das keinen Zweck hat. Und das hat jetzt Andrea Nahles ja gesagt, eins in die Fresse, die richtige Antwort ist. Also das sollte man auch nicht vorschnell und inflationär gebrauchen, aber es gibt leider die Fälle. Und das muss man dann auch richtig beurteilen. War das jetzt jetzt Philosoph oder als ehemaliger Präsident? Was sag ich jetzt jedem, der Präsident? Als Philosoph reicht man ja dazu, immer zu sagen, gibt es nicht noch einen Angriffspunkt für Diskurse? Und leider gilt also für doch einen beträchtlichen Teil unserer Bevölkerung, also im einstiegenden Prozentbereich, dass die eben inveterate Nazis sind und immer noch sich als solche reproduzieren. Und da hilft nur entsprechende politische Gegenposition, Ausgrenzung und Gegengewalt. Also da rufe auch ich nach der Polizei. Gut, vielen Dank. Ich, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, würde ich jetzt ins Publikum geben wollen. Schlag vor, wir sammeln drei, vier Kommentare und das dann hier auf dem Podium nochmal Gelegenheit ist, darauf einzugehen. So, Sie mussten lange warten auf Ihre Ideen oder Gedanken oder Fragen, Kommentare, die Sie zu Ihnen bisher gehörten haben. Bitteschön. Wir haben Saar-Mikrofone aufgestellt, das wäre uberheilfreich, wenn Sie da hinkommen würden. Die Finanzkrise war schon angesprochen worden. Der Populismus gerade in den USA ist ja in krasser Form ein Ergebnis dieser Finanzkrise und der drastischen Verschlechterung der Lebensverhältnisse unglaublich viele Amerikaner. Ich habe mich hier immer wieder gefragt, wo hat die Politik versagt und vielleicht noch viel krasser, der Journalismus sowieso, der Wirtschaftsjournalismus, auch die Professoren, warum hat man so vieles, was bei uns wirtschaftlich schief lief, nicht in die Breite, in die Öffentlichkeit getragen? Auf. Ja, vielen Dank. Ja, ich sehe schon, der letzte und letzte, man möchte gerne antworten. Ich würde noch einen Moment warten, gibt es noch, lassen wir vielleicht noch ein, zwei Wortmeldungen zu. Bitte. Ich beziehe mich auf Herrn Niederböbelding, der sich fragt, wie überschätzt man die Vernunftfähigkeit von Menschen? Und ich glaube, die größte Schwierigkeit liegt darin, dass Menschen sozusagen eine Art angeborenen Kollektivismus haben. Wir wissen aus der Intergruppenforschung, dass Menschen sehr stark dazu tendieren, sich besonders in schwierigen Zeiten erstmal auf die eigene Gruppe zu beziehen, aber auch generell eher dazu tendieren, sich von anderen Gruppen abzugrenzen, andere abzuwerten, um sich selbst besser fühlen zu können. Und das heißt, die große Frage sehe ich jetzt darin, wie kommt man darüber hinaus? Wie kann man wirklich zu einer universalistischen Gruppenvorstellung zu kommen? Ist das überhaupt möglich und wenn ja, wie? Ich habe eine Frage an Professor Niederböbelding. Ich habe sehr aufmerksam Ihre Ausschlusskriterien zur Kenntnis genommen, woran Demokratie scheitert oder was im Grunde genommen kein demokratischer Staat ist. Ich will mal provozieren, Frank, welche Demokratie auf der Welt führt Ihnen ein? Fangen Sie mal an. Also, zur ersten Frage, Weltfinanzkrise. Das ist ein gutes Beispiel zu unserem Dissens, wenn es dann ein Dissens ist, zur Illustration. Natürlich spielen da Interessenlagen eine ganz wichtige Rolle, aber spielt auch die Theorie eine ganz wichtige Rolle. Die Dominanz des sogenannten Neoliberalismus, ich verwege den Ausdruck nicht so gern, weil Liberalismus ist eigentlich nicht schlechtes erstmal, aber Neoliberalismus ist die Theorie, am besten ist alles Markt. Am besten sind alle Interaktionen des Menschen ökonomische Marktverhältnisse. Das hat mit dem Autoliberalismus nichts zu tun. Autoliberalismus ist eigentlich eine Gegentheorie, wenn man es richtig versteht, nämlich im Sinne der Freiburger Schule. Und diese Theorie, die Theorie, dass der Markt mit Pareto-Effizienz und so weiter, es hat jetzt nicht die Zeit, das auszufügen, am besten Interaktionen von Menschen steuert, die hat über die Jahre und Jahrzehnte gewirkt. Das ist geradezu grotesk zu beobachten, die jüngsten Stellungnahmen des internationalen Währungsfonds und so weiter. Auf einmal haben die Neo-Kaitianer dort die Oberhand gewonnen, und auf einmal behaupten sie, oder stellen sie Thesen auf, die genau diametral entgegengesetzt sind zu dem, was sie jahrzehntelang behauptet haben. Das heißt, diese Neoliberale, nennen wir es jetzt mal vereinfachend so, Agenda hatte etwas mit Theorie und mit der Dominanz, der sogenannten Neoklassik, in den Economy Departments in dem angelsächsischen Raum zu tun. Es hat erstaunlich lange gedauert, bis das Politik wirksam war, das war im Grunde schon seit Ende der 50er Jahre so, und setzt sich dann mit Setschein-Großbritannien-Regen in den USA, Ende der UNCTAD-Verhandlungen zum Beispiel, United Nations Conference on Trade and Development und so weiter, und dann solche merkwürdigen Handelsverträge, die dann an die Stelle dessen treten, TIT, da war ja nur der letzte Akt vorgesehen, jetzt gescheitert ist an Trump, diese ganze Entwicklung hat sehr stark mit Theorie zu tun. Und die massiven Fehleinschätzungen, die mit dieser falschen Theorie einhergehen, haben diese Finanzkrise wesentlich mitgetriggert. Der Greenspan, einer der zentralen Akteure der Krise, hat gesagt, ich habe gedacht, ich zitiere ihn ziemlich wörtlich, in einem Interview nach der Finanzkrise, ein Eckheld, ein hochintelligenter Mann, ich habe nicht gedacht, dass die Weltfinanzmärkte ohne Regeln auskommen, sagte Greenspan in einem Interview, aber ich habe gedacht, dass die Finanzmärkte diese Regeln selbst hervorbringen. Das ist ein bemerkenswerter Denkfehler, dazu gehört mehr zu sagen, das kann nicht sein, aus sehr einfachen, spieltheoretisch, beweisbaren Gründen, kann es nicht sein, dass auf den Märkten die Regeln sich etablieren, die da Stabilität sichern. Und das ist ein Denkfehler dieses Ansatzes, und dieser Denkfehler hat eine wichtige Rolle gespielt, für eine ganze Reihe von politischen Fehlentwicklungen, und unter anderem die Weltfinanzkrise. Zweiter Punkt war Gruppen. Ja, ich kenne das Argument, man muss dem Argument gegenüber sehr vorsichtig sein. Also, ich kenne auch diese empirischen Studien, wir haben so ein Humanprojekt in Berlin, kann man auch nachlesen, die Kräuter, eine Buchreihe, Humanprojekte. Das alles sind hochinteressante Informationen, aber daraus zu schließen, aha, dann ist die Forderung, zum Beispiel nach gleichem Respekt, gleicher Anerkennung, unabhängig von Gruppenzugehörigkeiten, nicht vernünftig. Würden Sie wahrscheinlich nicht ziehen. So à la Konrad Lorenz, der Mensch ist eben aggressiv, und die Einhebung von Aggressionen ist völlig sinnlos. Ich verkürze jetzt etwas. Das kann es nicht sein. Also, diese Art von Biologismus ist auch eine Gefahr für den Humanismus. Aber ich gebe sofort zu, humanistische Theorie und humanistische Praxis hat mit Widerständen zu kämpfen. Das macht den Humanismus ja so faszinierend. Es muss sich mühsam durchsetzen, im Denken und dann eben auch in der politischen Praxis. Und diese Tendenz unter Stress, sich eine Gruppenidentität oft ja nur zu fingieren, um sich da aufgehoben zu fühlen, um die Stärke des Kollektivs zu empfinden, um die eigene Unsicherheit zu verspielen, die ist zweifellos gegeben. Und das spricht dafür, dass zu zivilen Verhältnissen eben auch gehört, dass wir Menschen nicht dermaßen unter Stress setzen. Das ist vielleicht eine der wichtigen Botschaften. Und der dritte Punkt, ja, die Antwort ist, wir haben ganz unterschiedliche Formen von demokratischer Institutionalisierung. Sollte das nicht über einen Kamm scheren, haben wir jetzt nicht die Zeit, das uns alles anzuschauen. In all diesen existierenden Demokratien werden Kompromisse geschlossen zwischen unterschiedlichen von mir teilweise genannten Aspekten, manchmal gelungener, manchmal weniger gelungen. Also zum Beispiel die Handlungsfähigkeit der Regierung ist im Mehrheitssystem, im Mehrheitswahlsystem wesentlich besser garantiert als im Verhältniswahlsystem. Dafür ist die Repräsentativität im Verhältniswahlsystem wesentlich besser garantiert als im Mehrheitswahlsystem. Macht massiven Unterschiede. Der ganze politische Prozess ist ein völlig anderer. Die Rolle der Justiz, also die Gewaltenteilung, ist in Ländern mit Common Law Traditionen ganz anders als in Frankreich, Deutschland oder Italien mit sozusagen römischer Rechtstradition. Also da gibt es eine große Pfandbreite. Aber ich würde sagen, der Kern der Demokratie ist, in dem Sinne humanistisch wir jetzt erläutern, es geht um gleiche Aspekte, gleiche Anerkennung, im Übrigen da überhaupt kein Dissens, ich bin gegen Atomismus, also die Menschen müssen die Möglichkeit haben, sich kooperativ zu anderen zu verhalten, Gemeinschaften zu bilden, das ist auch Teil der Menschenrechtsradition. Im 1966er-Pakt steht das ausdrücklich drin, deutlicher als in der General Declaration of Human Rights von 1948. Das macht eigentlich die Essenz der Demokratie aus. Und das ist immer graduell. Es gibt keine perfekte Demokratie. Es ist graduell. Und die Kriterien, die man anlegt, sind Kriterien, die ich jetzt im weitesten Sinne als humanistische bezeichnen würde. Ja, ich glaube, hier setze ich dann mal einen anderen Hut auf und argumentiere eher Marxianisch. Also ich glaube, das Problem ist, dass wir nicht über Herrschaft gesprochen haben bisher. Es gibt Herrschaftsstrukturen, auch in demokratischen Verhältnissen und auch über demokratische Verhältnisse. Und über die muss man reden und man muss darüber reden, wie man die knacken kann. Es geht um die Überwindung. Ich glaube, auf der Ebene sind wir noch bei dem gemeinsamen Humanistischen. Dann brauchen wir natürlich Theorien darüber, wie diese Herrschaftsverhältnisse funktionieren. Und da geht es dann auseinander. Also sind das Klassenstrukturen, sind das Geschlechtsherrschaftsstrukturen, sind das quasi koloniale, imperiale Strukturen. Ich würde behaupten, die Frage ist falsch. Es ist alles frei. Die Frage ist, wie sich das zueinander verhält und wie man das theoretisch begreifen und das erklärtig an. Also jedenfalls einfach damit, dass man sagt, da sind wir uns offenbar einig. Wir stellen den Markt her und der wird das schon richten. Darüber produzieren die Verhältnisse sich dann auch verschafft. Und hier müssen wir dann in der Tat von sowas reden, wie, ja, man könnte sagen, was ist das Finanzkapital? Was sind die kleinen Gruppen, überschaubar, auch dann Querverbindungen in die verschiedenen Regulierungsinstitutionen, die tatsächlich hier entscheidende Macht in den Händen halten und von demokratischen Mächten auch gar nicht erreicht werden. Sowohl in der Europäischen Union als auch auf der globalen Ebene gibt es solche Machtballungen. Und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und die müssen wir als solche identifizieren und Wege finden, und das ist auch nicht einfach, dagegen tatsächlich auch zu mobilisieren. Und das ist in der Tat eine humanistische Aufgabe, da will ich Ihnen auch zustimmen. Aber es ist eine humanistische Aufgabe, die da nichts zu tun hat mit dem, sagen wir, feiertäglichen Humanismus, der bei Festakten von allen gerne gehört wird. Sondern da wird es dann auch richtig unangenehm. Und da wird es auch richtig streitig. Das, denke ich, berührt dann auch die Frage der Vernunftfähigkeit. Diese herrschende Klasse, um das jetzt mal ganz zugespitzt zu sagen, ist selbstverständlich vernunftfähig. Aber sie sieht es nicht ein, worum sie ihre Herrschaft abgeben soll. Man kann sagen, dass es letztlich unvernünftig ist, herrschen zu wollen. Das lässt sich argumentieren. Aber das Argument ist, gegenüber den vielfältigen Vorteilen, die es birgt, zu herrschen, offensichtlich stattfindet. Kann herrschen auch vernünftig sein. Das hört man jetzt erstmal auf. Offenbar nicht. Wir haben noch Zeit für eine zweite Runde. Wer möchte noch? Ich würde gerne einen Satz von Naomi Klein, den sie auf der Labour-Konferenz diesen Jahres geäußert hat, Ihnen vorstellen. Sie hat gesagt, dass sie den Neoliberalismus vor allem als über 30-jährigen Angriff auf die kollektive Imagination ansieht. Und damit darauf angespielt, dass zum Beispiel in den USA solche Programme wie von Bernie Sanders propagiert, dass zum Beispiel Bildung umsonst sein soll, also auf universitäre Bildung oder ein öffentliches Gesundheitswesen, dass das vom neoliberalen Mainstream als völlig illusorisch erachtet wird, was ja hier in Europa eigentlich Standard ist. Hier haben wir auch Sozialismus für deren Vorstellung. Genau. Und so wie ich Sie verstanden habe, das sind ja, also das ist ja, wird ja zumindest im angelsächsischen Raum als Linkspopulismus bezeichnet, stehen Sie dem ja eher skeptisch gegenüber. Und das würde mich eben interessieren, weil es mir so vorkommt, dass das ja eigentlich die, zumindest aus dem angelsächsischen Raum, noch aus einzig vernünftigen politischen Programme dastehen, also Corbyn und Sanders. Ja, dann gehe ich gerne. Ich sehe auch keine weiteren Wortmeldungen, oder gibt es noch jemand, der noch... Ja, als ich es darauf antworten. Oder so, ja. So, ich habe mich da persönlich angesprochen, weil ich habe mit Jeremy Corbyn bei Tony Benn im Abgeordnetenbüro gesessen und Einladungen in Briefumschläge gestopft. Also, das ist aus meiner unmittelbaren politischen Familie. Und in der Tat würde ich das nicht als Populismus in dem Sinne begreifen, wie Sie das gerade kritisiert haben, sondern die sind populär und haben das versucht, so zu artikulieren, dass dann weitere, die vergehende strategische Diskurse daran anschlussfähig waren. Das ist Linkspopulismus. Aber das ist nötig. Also eine Linke, die darauf verzichtet und sich gewissermaßen im akademischen Diskurs alleine wohlfühlt, die hat sich selbst aufgegeben. Gibt es einen vernünftigen Linkspopulismus mit guten Gründen? Nein, also in der klaren Definition, die ich vorher vorgestellt habe, ist weder Corbyn noch Sanders noch Klein, die dicke Bücher schreiben zum Beispiel, mit einer Menge von Argumenten, ist populistisch. Natürlich nicht. Das sind im Gegenteil. Das sind Versuche, man muss ja nur mal so reden, sich anhören, oder von Noam Chomsky, um einen extremen intellektuellen Vertreter der Linken zu nennen, wo er gegen das amerikanische Universitätssystem wettert, findet man sofort bei YouTube, Chomsky, und so geht es um die Tuitions und da wird mit präziser Logik seziert, was für Folgen dieses System hat für die soziale Situation, die Bildungssituation in Amerika. Das ist doch kein Populismus. Nicht deswegen, weil etwas links ist, ist es populistisch. Das mögen manche Leute Zeitstumsartikeln so nennen, aber ich nenne es natürlich nicht so. Populismus ist eine Position, die den Argumenten gegenüber skeptisch ist, die an Emotionen appelliert und sich auf den Diskurs nicht einlässt. Das kann man weder von Sanders noch von Corbett sagen. Also insofern geht das in der Sache vorbei. Etwas anders sieht es aus in Venezuela zum Beispiel, Chavez, das ist schon eher ein Fall von Linkspopulismus, der mit dem Aufpeitschen von Stimmungen Politik gemacht hat, was am Ende auch ziemlich daneben gegangen ist. Das ist dieser Links-Kaudilismus, über den ich vielleicht nennen kann. Der hat, glaube ich, in der Tat diese problematische Seite. Aber ich will mich noch nicht drücken vor dem noch schwierigen inhaltlichen Punkt. Ich glaube, also einerseits freue ich mich, ich bin das so hin und her gewesen. Einerseits freue ich mich, dass es offenbar unter den, gerade in der jüngeren, kritischeren Generation eine Sehnsucht gibt nach Menschen, die authentisch für bestimmte Ziele stehen, für mehr Gerechtigkeit, für eine andere Welt, auch mit weniger Kapitalismus. Die Verstaatlichung von Schlüsselindustrien ist jetzt wieder Thema in der Lego-Party in Großbritannien. Das haben die Älteren von uns noch in Erinnerung von User-Parteitagen. Das finde ich erst mal schön. Und es hat noch so einen Nebenaspekt, dass offenbar so ein Generationensprung stattfindet, nämlich die 25-Jährigen, dann den 70-Jährigen mehr vertrauen als ihren Eltern. Also, dass gewissermaßen da so eine Art Sprung entsteht. Was mich etwas skeptisch macht, ist, dass die Politikkonzeption, wenn man es genauer anschaut, im Wesentlichen auf Erfahrungsmustern der 1970er Jahre und das geht, um eine lange Geschichte kurz zu machen, das ist das Keg mit der ökonomischen Kompetenz zusammen, über die wir reden müssen, das gehe total schief. Also die Empfehlung, die Staaten sollen doch jetzt wieder mal hüppig ins Deficit-Spending gehen, um mal ordentliche Wachstumsraten zu ermöglichen und Umverteilungsspielräume zu schaffen, heißt unter den heutigen Bedingungen, man würde diese Länder in die Abhängigkeit der Weltfinanzmärkte hineintreiben. Und darüber muss man auch reden. Also sozusagen, die Sache ist irgendwann schiefgegangen im dritten Weg, das sehe ich genauso, übrigens verstehen Sie die Bemerkung von vorher nicht falsch, der Neoliberalismus hat viel zu massiv die politische Agenda sozialdemokratischer Parteien, auch der demokratischen Parteien in den USA, unter Clinton und Blair in Großbritannien und Schröder in Deutschland geprägt, die Abschaffung der Körperschaftsteuer, die Absenkung des Spitzensteuersatzes, die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, mehr in Großbritannien als hier. Also das war alles ein Irrweg, allerdings man muss fairerweise sagen, aus der Defensive heraus, die waren in die Enge getrieben und haben zu weit nachgegeben. Aber daraus jetzt zu schließen, dann war das, was wir vorher hatten, sagen wir mal, Mitterrand mit der Übernahme der PS- und KP-Regierung unter Staatspräsident, französischer Staatspräsident Mitterrand, das wäre die richtige Politik vor sich. Das glaube ich, funktioniert nicht, da muss man genau hinschauen. Wir müssen diesen Schritt, das ist jetzt sehr politisch, was ich sage, aber das darf ich ja vielleicht, zumal ich ja schauen muss, dass ich aus der Ecke, in der mich Frieder Otto-Wolf gestellt hat, dass ich eine freischwebende, idealistische, intellektuelle, wieder rauskomme. Ich glaube, wir brauchen da einen genuin, mit ökonomischer Kompetenz gesättigten, politischen Diskurs, der die Linke zukunftsfähig macht. Und das sehe ich leider bei diesen Entwürfen auch noch nicht so sympathisch, wie es da ist. Nachfrage, warum haben Sie Chomsky jetzt als extrem bezeichnet? Naja, er gilt als, im politischen Spektrum, als extrem links. So links, dass also frühere Linksbündnisse Chomsky nicht einladen wollten, weil er als Anarchist oder Syndikalist galt. In dem Sinne meinte ich, dass es lediglich ist. Aber Chomsky ist ein Intellektueller, aber wirklich vielleicht der größte lebende Intellektuelle und seine Argumentation ist beileibe nicht populistisch. In zu US-Lern sehen darf er bis heute. Trotz der Popularität sind er nie eingeladen worden. Genau, ich weiß. Aber extrem muss nicht unbedingt schlimm sein. So, wir wollen im zweiten Panel, um das Punkt 1815 beginnt, uns ja ein bisschen konkreter Strategien zuwenden. Deshalb fällt die Abschlussfrage an Sie beide. Wenn Sie mit einem Satz jetzt die Frage beantworten müssten, was sind denn die richtigen humanistischen Antworten auf den Autoritarismus? In einem Satz, was würden Sie sagen? Befreiung ist immer berechtigt. Noch kürzer, als ich zu erwarten gehofft hatte? Also, ein Satz, nachdem wir versucht haben, die Dinge etwas auszudifferenzieren, ist eigentlich ein bisschen ein Rückfall, ja, weil die Dinge ein bisschen komplex sind. Mir fällt nicht ein Satz ein, sondern die These, Pädoyer, für einen erneuerten Humanismus besagt, wir sollten diese normativen Inhalte, die wir ein bisschen besprochen haben heute, des Humanismus, in Form einer politischen Programmatik konkretisieren. Als ein philosophischer Entwurf hängt es in der Luft. Es muss sozusagen substanziert werden durch eine konkrete politische Agenda. Und nur das kann dann den Humanismus so erneuern, dass er dann auch wirklich kraftlich wird. Darf ich da doch mal einen Kommentar dran hängen? Ich glaube, das ist in der Tat als Grundkonsens, der für eine breite Linke verbindlich ist, notwendig. Allerdings sollten wir die breite Linke dann nicht auf die Sozialdemokratie verhängen, sondern tatsächlich bis hin zu den anarchistischen Strömungen diese Linke mitdenken. Sehr schön, jetzt wird es richtig politisch. Vielleicht gehen wir im zweiten Pende noch weiter diesen Weg vielleicht, den Sie aufgezeigt haben. Ihnen beiden hier auf dem Podium vielen Dank für die Antworten und vielen Dank für die Vorträge und die Replik. Ihnen, dem Publikum vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die tollen Fragen und Kommentare. Bis gleich.